Ja, gut! Seid die Grüße, liebe Freunde! Wir sind zurück mit der Champions League beim SV Werder Bremen. Hallöchen! Im letzten Spiel stand es 1 zu 1 im Weserstadion. Was heißt das für uns? Ja, es ist leider nicht so eine gute Ausgangsposition mit einem Auswärtstor im Nacken. Spielt es sich ein bisschen schlechter. Da kannst du gleich gehen auf Klo und deine Sachen packen. Also ein Tor würde natürlich reichen. Bei einem 0-0 sieht es düster aus. Gut, probieren wir es mal, dieses Tor zu machen. Schön mit der Hand gespielt. Nicht lang genug, sagt der Schiedsrichter. War er noch dran? Weiß ich nicht. Vielleicht soll man versuchen, ach, es war schwierig, da waren sie schon ganz dran, aber... Ne! Da war nichts dran, sagt er. Guck mal, was die Abkürzung von den Vereinen zusammen heißt. Hombre! Hombre! Walbuena! Merti! Ja! Natürlich schön, wenn man hier... Oh! Ihhh! Ihhh! Ja, der dreht sich um sich selbst und... Verstehe ich auch nicht, warum die Piraten drehen... Also, bei KSV nicht, ne? Da drehen sie keine Piraten, ne? Uhhh! Ja... Bodycheck! Sollte eigentlich den Ball sich irgendwie krallen, aber irgendwie... Interessieren sie sich immer mehr für die Spieler. Ich glaube, die sind ein bisschen schwahul. Ich hoffe auf gegen Schwule! Ja... Tja, die machen gleich schon ein bisschen Druck. Druck, boah! Merti! Merti! Ja... Richtig! Schön in den Gegner reinlaufen! Dann ist hier die Wiese! Ja, schick ihn vom Feld! Komm, gib Roland! Den besten Mann hier... wir haben irgendwie nicht so die Sonne, ne? Das ist immer irgendwie Flipperautomat bei uns das ist mit der SVW, ne? Da spielen wir Flipperautomat auch nicht viel mehr Schade, schade Oh, dreht sie noch rein Da dreht er sie auf Ja Aber die steht natürlich auch Flipperautomat auf dem Spiel Ja, kann man schnell rausfliegen Aber das wissen natürlich auch wir Weil wir nämlich noch in einer viel schlechteren Position stehen Ja, unsere Position ist tatsächlich schlechter Iiiiih Nein Und wir hatten ja schon zwei Möglichkeiten hier mal den Führungstreffer zu erzielen Leider wieder auf Mann und das war hier Gretschflanke Anstatt dass er dann abzieht, ne? Naja, er musste noch ein bisschen springen, also Das hat auch ein bisschen was mit dem Timing zu tun Wammern drückt, aber das ist echt Ja, Entschuldigung Lauf bloß weg Ich wollte einfach noch nicht den Ball da hinten haben Ein bisschen nach vorne Jo, da bedankt er sich Und da spüren wir schön Nach draußen Draußen Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö aber das ist ja sowieso. Boah, da macht er es noch lang. Der ist noch drin. Ja, man muss hier irgendwie ein Mittel finden. Ja, das kannst du mal probieren. Man muss da irgendwie mal ein Mittel finden. Hm? Wie hat er den noch gekriegt? Das war ich auch nicht. Ich hab jetzt auch schon abgegrägt. Nee, hast du wohl nie. Zack. Dann hast du wahrscheinlich nur die Luft gekriegt. So, mal gucken, ob wir hier den Ball weg... Oh, gemacht. Wow. Du siehst nur, wie sie alle ihre Gliedmaß durch die Gegend schmeißen. Na ja, 0-0. Marseille ist hier im Vorteil im Moment. Ein Ton. Daran liegen, dass sie ihre ganzen Fernseherfehlerseite haben. Ach komm. Ach komm. Den hat er mir richtig flach gelegt. Und wie fühlen wir mit 3 zu 1 Fouls? Tor! Der Obdel ist, ey. Ja, knapp Tor! So, total macht ihn, von der Mittellinie. Ja, von zu Hause mache den. Ja, da werden wir mal in die Mangel genommen. Und da decken sie ihn zu dritt. Der wäre sogar daneben gegangen. Ja, Julio Cesar wird kalt. Man muss auch ein bisschen was machen. Wollen wir den zu heiligen machen? Das sieht man auch so schnell nicht, oder? Zu Ort? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, vor Lahn muss getötet werden. Wir brauchen den Wuvuzela. So, jetzt. Abschluss, Tor! Das wäre natürlich noch in der 90. Minute. Das wäre natürlich das allerbeste. Aber dieses Glück hat man natürlich nicht. So. Death Hunter. Oh, gefährlicher Einsatz. Schiri sagt, Vorder halten. Schiri sagt, Schnauze halten. Schoko! Man versucht natürlich an den Ball ranzukommen. Aber irgendwie schaffen sie es immer, ihre Go-Go-Jet-Beine einzusetzen und uns rauszuhauen. Go-Go-Gaggetto-Turbolord. Ja. Ist natürlich, dass wir hier den Gegner provozieren wollen, dass er uns dazu provoziert, damit wir, äh, Fehler machen. So wie hier. Das ist natürlich alles ganz klar. Glas klar. Für den SV Werder Bremen. Nur, wohin geht es mit dem SV Werder Bremen? Ach, das ist ein sehr viel Bremen. Geht's ab nach München? Oder brecht Sisoko? Brecht. Brecht. Oh, was? Das war echt schlimm, Junge. Na, guck, du schaut mal an hier. Der ist schon gefallen, bevor wir die Gerichte haben. Nein, nein, nein. Ähm. Mette Sacke. Ah. Ah, so. Ich hab versucht, mich irgendwie da für dich nur anzubieten. Ja, schönes Ding. Der hat er mit dem Kopf. Manchmal haben wir so die gleichen Gedanken, ne? Wie man das sieht. Magno, wie wichtig war denn dieses Tor, bitte? Tja, da könnt ihr euch mal warm anziehen. Schön. Ja, damit hat der Torwart nicht gerechnet, ne? Mit dem Flughoffball. Wahrscheinlich eher mit der Schulter oder so gemacht, oder? Mit der Hand. Wer war eigentlich derjenige, der mit der Hand nochmal das Tor gemacht hat? Irgendeiner von uns hat so... Mit der Nase, also... Und mit der Backe oder sowas. Mit dem Auge. Mit dem Auge. So, jetzt müssen wir nur noch verhindern, dass da ein Tor reingeht. Jetzt auf absolute Abwehr stellen. Jetzt machen sie natürlich richtig mobil, ne? Die Mobilmauer. Die Mobilmauer. Die Mobilmauer. Die Mobilmauer. So, erstmal rauf damit. Okie dokie. Okie dokie. Was denn, ey? Ich hab richtig krass ihn berührt. Ich hab ihn an seinem Herzen berührt. Mit meinen zarten Worten. Na, jetzt müssen wir irgendwie... Die irgendwie aufhalten, ne? Ja, 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 ja. Nix da. So nicht, mein Freund, ey. Hau ihn weg, hau ihn weg. Nein. Wir müssen trotzdem probieren, ein bisschen... Einen draufsetzen. Einen draufsetzen. Einen draufsetzen. Immer ein draufsetzen. Einen draufsetzen. Die Kacke ist noch nicht am dampfen. Ich muss richtig hoch, oder? Hier muss ich richtig am dampfen, nein. Die Kacke ist voll am dampfen. Englisch. Änderwetter, änderwetter, änderwetter. Nein, 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 nein. Aber 1-1 ist auch noch, Sieg, oder? Und das ist Verlängerung. Nein, ist noch irgendwo. Also, das ist Verlängerung. Ich hatte diesen Drecksverein. Hoch. Komm, ich kette die Junge. Ich will vollahnen, es erhöht der Hand. Oh. Oh. Ich dachte schon. Der Schiedsrichter war es nicht so ganz sicher. Halbe Stunde. Ah, könnte knapp gewesen sein. Ja, so viel zu dem Thema, dass wir die Führung gehen. Nein. Wir machen es natürlich spannend. Ja, aber sonst hätten wir ja zurückgelegen. Das ist natürlich auch gut. Ja, aber... Jo. Tja, schade. Tut mir leid, geht nicht. Ist nicht im... Sinne des Erfinders. Jetzt kochen hier die Gemüter. Gute Tee, das war. Eben gerade, er hat er noch richtig wie so ein Affe. Schade. Na, ohne Spinnen, ne? Hast du den Ball gesehen? Ne. Hatte mich richtig nass gemacht. Hau den Ball noch weg. Gib's doch nicht. Er war auch eigentlich am Ball. Lattenkreuz. Lattenkreuz. Jetzt kommt Balloy. Ja. Soweit. Und der wäre der festgehalten. Ich hasse diesen Verein. Fast schon wie Bayern, ey. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Die machen das ja von daher eh nicht. Das einzige, der das kann, ist Darmbruder. Ja, vergeben. 87 Minuten sind hier gespielt. Was war das denn? Ich hab passen gedrückt. 90 Minuten sind hier gespielt. Mach doch irgendwie ein Pass dahin, wo er hin soll. Das verstehe ich nicht. Warum kommen die Pässe denn nicht dann, wenn man sie braucht? Es rät nicht so hoch. Sie retten uns in, äh... Die hat fast total die Rettung. Die losen auch hier schon so ab, ey. Die machen uns richtig fertig. Wenn wir nicht dann Tore schießen würden, dann... Wir sind schon bei 8-0 oder so. Super, wenn die Torwart aufsache. Das wäre natürlich richtig cool. Es kann nur schlimmer werden. Wir brauchen keine Chancen. Wir brauchen Glück. Wie spielt er denn durch mich durch? Nein, ich... Ich... Nein, ich... also sie stehen eigentlich ganz gut oder kommt nur nicht an machen wir noch selbst rein jetzt ich hatte ihn schon ja eigentlich war es ja ich habe das war kein pass da hat sich den einfach vor dem pass schon gedrückt weil ich hatte ihn schon richtig gut natürlich auch direkt in den gegner gespielt mann 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 wer wird hier die nerven behalten wir sind es nicht die haben sie schon verloren wie sieht es mir doch sein spieler aus wir sind jetzt schon richtig auf den keks das ganze hier ja 80 option und es wird nur die falsche genommen es kann doch nicht so schwierig sein da ein spieler anzuspielen warum mache ich das denn nicht ja ist richtig ja und jetzt gibt es keinen ich mach 80 leute jetzt in die verteidigung kein entkommen mehr die müssten jetzt zwei tore schießen sie müssten jetzt zwei tore schießen 2-2 ist auch noch sieg ne? 2-2 ist sieg wir haben zwei auswärtszone die müssen zwei tore schießen das war wieder ein wichtiges ding und wieder von deathhunter nicht verkehrt der junge auch wenn wir manchmal seine schwächen so genau für die richtige eke entschieden ich wollte erst dass der überhaupt in die linke spielen dachte ich komm machst du mal ganz frech so ich möchte mal kurz in unserer aufstellung mädchen sagt er glaube ich müsste ausgewechselt werden ja ganz gerne alt 9 frischen infatoren 8-1-1 so martha bitte verzichten nicht zu weit ne sonst ja wie man jetzt nur noch konnte und Silvestre oder wollen wir was stürmisches reinholen nein 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 das passt schon drei frische verteidiger der trainer sagt die kasten muss sauber bleiben viel zeit ist nicht mehr ich hätte natürlich auch versuchen können den ball da hinten zu halten unten schicken nein 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 jetzt sind die vierperse nicht mehr ganz so schlimm ne ja sie sind echt so ein Dreadlocks rausreißen das ist wirklich ein ganz spannender Spiel hier meine Güte noch zwei Minuten neeeeein weg die Pille nachspielzeit 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 die müssen zwei Dinger schießen das schaffen sie nicht mehr das schaffen sie nicht mehr das schaffen sie nicht mehr red ihm das ein neeeeein ich dachte ich bin vor also ich dachte ich hab Hör auf zu denken einen Ball am Fuß geh weg du hast schon geträumt du hast schon vor Pokalen gedruckt das ist das Ding da kriegen wir noch in der Nachspielzeit eine rote Karte naja aber es ist zumindest die nächste Runde neeeeee Schauen wir uns das nochmal kurz an Unglaublich 3 zu 2 Unglaublich meine Güte was sind die Spiele was ein Krivi Julio ist verletzt die Serie Serie hält an und jetzt hoffen heim meine Güte meine Güte ja schön Sisoko ist gesperrt Krönius Cesar ist verletzt und Tevers ist im nächsten Dings gesperrt aber wir sind weiter es geht zum nächsten Spiel ja gut wir haben es geschafft wir haben es hinter uns gebracht vielen Dank fürs Zuschauen vielen Dank fürs Unterstützen wir schaffen es bald noch mit guter Laune dieses Bremen Let's Play zu Ende zu bringen wir wollen es einfach nur noch beenden es ist so schrecklich es ist so schwer mit Bremen ich weiß nicht warum aber es ist einfach schwerer als mit KSV kann natürlich sein dass die Skills vom KSV besser sind aber die erste Saison lief so locker flutschig da ist richtig durchgerutscht naja das und noch vieles mehr seht ihr in der nächsten Folge von Batman & Robin spielen PS 2012 machs gut vielen Dank fürs Zuschauen tschüss Vielen Dank.